Um die Welt mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir aber um diesen Standort Deutschland Sorgen. So wie noch nie zuvor. Wenn wir das nicht tun, verspielen wir die Zukunft unserer Kinder. Eine Fortsetzung dieser Politik für weitere zwölf Monate führt dazu, dass die jetzt erodierten Investitionsströme dann eben auch zu Personalmaßnahmen führen, die zu großer Verunsicherung innerhalb der gesamten Gesellschaft führen. Ihre These ja, Biden ist viel gefährlicher als Trump. Für mich ist Biden gefährlicher als Trump. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Börsenexperte, Ökonom und Chefvolkswirt der Netfond AG. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Eine große Ehre und immer ein Vergnügen. Ihre Expertise und vor allem Ihr Klartext, da freue ich mich heute schon drauf. Und Leute, wenn ihr das zukünftig nicht verpassen wollt, dann unbedingt Kanal abonnieren. Herr Hellmeier, ich habe einen, ich weiß nicht, ob es amüsant oder traurigen Start für Sie. Herr Habeck hat vor kurzem gesagt, ich zitiere, der Staat mache keine Fehler, bezogen auf Bürokratie und Co. Was machen solche Sätze, Melin? Also ich habe ja einen Doppelnamen, Volker Wiking und Volker und Wiking diskutieren gerade den Begriff Hybris, Selbstüberschätzung. Also ein solches Statement lässt eins deutlich werden, dass es der Politik an Demut fehlt, dass es Herrn Habeck an Demut fehlt. Wenn wir uns anschauen, wo wir stehen, dann stehen wir heute vor der größten ökonomischen Krise seit 1949. Ich mache das einfach mal an drei Daten fest. Und dann nehmen wir die Nettokapitalbilanz. Wir haben im Jahr 2021 einen Nettokapitalabfluss von 100 Milliarden Euro gesehen. Im Jahr 2022 einen Rekordwert von 125 Milliarden und heute Morgen kam ein Wert von 94 Milliarden für das Jahr 2023 raus. Und das auch nur, weil wir uns mit Subventionen Investitionen gekauft haben. Ich erinnere hier an die Halbleiter Intel etc. pp. Diese Zahlen sprechen für sich. Sie sind ein Misstrauensvotum der Wirtschaft gegenüber der Regierung. Und wenn die Regierung oder Vertreter der Regierung dann sagen, die Politik macht keine Fehler, kann ich nur eins sagen. Nie waren sie größer. Wir sprechen heute auch noch über Deutschland. Vielleicht ganz kurz noch eine Nachfrage. Das klingt ja jetzt schon ziemlich schlecht. Also das klingt ja fast so, als wären wir wirklich auf der Autobahn des wirtschaftlichen Abstiegs. Ist es wirklich so schlimm gerade? Natürlich. Wir gehen einfach mal zehn Jahre zurück. Sie erinnern sich an die Griechenland-Krise 2014, wo man Griechenland abgeschrieben hat. Griechenland war auf dem letzten Platz im Ranking der Eurozone. Und heute steht Griechenland unter den Top drei. Und dann Reformpolitik übrigens. Und Deutschland steht auf dem letzten Platz in der Eurozone. Und diese Dinge lassen sich nicht wegdiskutieren. Wir leben hier nicht in einer Welt der Esoterik und der Narrative, sondern das ist das normativ-faktische, mit dem wir konfrontiert sind. Und wir können weitergehen. Wir können ja auch mal den DHK zu Wort kommen lassen. Es gibt dort halbjährlich eine Umfrage unter 27.000 Unternehmen. Also das hat eine Breite und Tiefe wie keine andere Umfrage in Deutschland. Und diese Umfrage ist prekär. 33 Prozent der Unternehmen sagen, sie investieren nicht mehr. 24 Prozent wollen es noch, aber das sind die, die hier auch nicht weg können. Also ein Bäcker kann jetzt nicht seinen Ofen in Indien aufbauen oder in der Türkei. Das ist ein Geschäftsmodell, das nicht trägt. Das heißt, die, die gehen können, sind bei Investitionen vorsichtig oder verlagern ihre Investitionstätigkeit. Und auch dazu einfach Zahlen von der amerikanisch-deutschen Handelskammer. Im letzten Jahr 2023 gab es die größten Netto-Investitionen deutscher Unternehmen in den USA. Und das passt alles in dieses Gesamtbild hinein, dass wir nicht nur von den Rahmendaten, können wir später darüber reden, schlechter gestellt sind, sondern es gibt einen Punkt, das ist ein softer Punkt, den können wir mit keinem Index wirklich messen. Das Vertrauen zwischen Wirtschaft und Politik ist in Deutschland so erodiert wie noch nie zuvor. Das hängt nicht nur an dieser Regierung. Da hat Frau Merkel schon sehr viel für getan. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das Vertrauen der Ökonomie in den Staat nicht mehr gegeben ist, dann sind die Grundvoraussetzungen zur Erhaltung der Stabilität, der Wirtschaftsleistungen, der Stabilität des Wohlstands, dann sind diese Grundlagen sehr, sehr brüchig. Und sie sind nicht nur brüchig, sondern sie werden latent weiter erodieren mit negativen Folgen. Und das wünsche ich diesem Land nicht. Ich wünsche Politik Demut. Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie mal wahrnehmen, dass Sie Diener der Bürger sind und nicht wir als Bürger die Diener der Politik. Das ist ein großer Unterschied. Das vertiefen wir gleich noch, Herr Hellmacher. Kommen wir kurz zum Großen und Ganzen. Sie haben vor kurzem gesagt, globale Eskalationsspirale dreht sich, Risiken wachsen. Haben Sie denn schon alles verkauft? Nein, gar nicht. Also wir müssen differenzieren. Die Weltwirtschaft läuft grundsätzlich weiter. Und wir haben auch zwei Entwicklungen. Wir haben einmal eine Entwicklung, wenn wir die Gesamtwelt sehen, dass sich die Welt schon teilt. Ein Teil, die westliche Welt, geht immer weiter an Isolationsweg gegenüber den größten Ländern des globalen Südens. Gleichzeitig aber, und das ist für mich beinahe entscheidender, globalisiert sich der globale Süden weiter. Also die wachsen zusammen. Die sagen, wir machen das Modell der Globalisierung weiter. War der größte Erfolg in der globalen Armutsbekämpfung, auch wenn wir die letzten 30 Jahre mal Revue passieren lassen. Und damit schaffen sie für sich Effizienzgewinne. Damit schaffen sie für sich erhöhte Wachstumspotenziale. Das heißt, wir haben eine geteilte Welt. Die westliche Welt, die eigene Wege geht, auch mit Sanktionspolitiken, losgelöst vom internationalen Regel- und Gesetzeswerk. Und auf der anderen Seite schafft man mehr Regel- und Gesetzeswerk mit Freihandelsabkommen, RCEP, mit BRICS-Plus. All das schafft dort mehr Investitionssicherheiten untereinander. Und was wir hier im Westen vergessen, bevor wir jetzt auf die Hotspots kommen, ist, dass diese Länder im globalen Süden doch im Grunde genommen in ihrer Gemeinschaft autark sind. Dort gibt es genügend Rohstoffe. Alles, was die Welt braucht, hat der globale Süden. Wir sind von ihnen abhängig. Das ist etwas, was häufig in den Hintergrund gerät. Und das andere ist diese technologische Abhängigkeit, die früher sehr ausgeprägt war. Die wird immer weniger ausgeprägt. Beispiel. Das australische Aspie Institute hat jetzt 44 Technologiefelder definiert, die für die Zukunft der Welt von elementarster Bedeutung sind. In diesen 44 Technologiefeldern führt China in 37, die USA in 7 und Europa findet nicht statt, sollte uns zu denken geben. Bildungsoffensive etc. pp. Das heißt, nicht nur im Bereich der Rohstoffversorgung, sondern auch im Bereich der Technologie ergibt sich hier immer mehr Autarkie im globalen Süden. Und vor dem Hintergrund bin ich an sich für die Welt weiter zuversichtlich. Gerade auch für den globalen Süden. Der wird sich weiterentwickeln. Das sehen wir an den IWF-Prognosen. Der globale Süden wächst mit 4,1. Westliche Industrienationen mit 1,5. Also das ist der Faktor von 1,7. 1,7 Mal mehr wächst der globale Süden als wir. Und damit wird ihre Bedeutung größer. Kaufkraftparität. Ich war jetzt gerade mit einem Professor der Ökonomie in Hamburg auf der Bühne. Und wir sind zu einer Meinung, die Kaufkraftparität ist das Einzige, was wirklich belastbar ist. Weil daran hängt der Rohstoffverzehr. Nicht das sind nominalen US-Dollars, die Darstellung. Da sieht der West immer noch ganz gut aus. Aber das hat was mit die Wiesenbewertung zu tun. Kaufkraftparität ist die entscheidende Größe. Und da steht der globale Süden jetzt im Dunstkreis von 70 Prozent, wächst noch stärker, geht also auf 75, 80 Prozent. Das ist das Herzstück der Welt, das sich weiterentwickelt. Und der Westen steht eigentlich immer mehr durch eigene Politikansätze am Rande. Aber lassen wir uns noch zu den Themen kommen der Geopolitik. Was mich sehr, sehr betrübt ist, dass wir... Helmar, darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ist China dann gerade die Investmentchance des Jahrhunderts? Also politische Risiken sind enorm. Aber wenn man sich die Bewertung anschaut, und Sie haben es gerade schön erklärt, Technologie und Co. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Kommunismus nicht wieder zu 100 Prozent dahin zieht, dann müsste das doch jetzt gerade eine Megakaufchance sein, oder? In der Tat. Und das gilt für einige Märkte im asiatischen Raum. Auch Vietnam ist ja Dramenartisch runtergekommen. Index von über 600 auf 300. Jetzt bei 380, 400 in etwa. Dasselbe gilt für China. Es ist sehr günstig. Was wir haben ist, eine politische Bewertung dieser Börsen, insbesondere wenn es um den CSI 300, China geht, Festlandchina oder auch Hongkong. Das ist extrem niedrig. Aber jeder, der dort investiert, muss wissen, bei einer geopolitischen Eskalation kann einem dasselbe wie mit russischen Aktien passieren. Dass einfach qua Regierungsbeschlüsse bei uns plötzlich diese Assets eingefroren sind, man darüber nicht verfügen kann. Und das ist, glaube ich, der Grund auch, warum wir diese Bewertung haben. Es ist also eine Frage eines hybriden Finanz- und Wirtschaftskriegs, der hier geführt wird. Und dem wird mit der Bewertung Rechnung gezollt. Aber wenn ich mir das unter Bewertungsgesichtspunkten anschaue, dann steht hier der Begriff Chance ganz deutlich im Raum. Das heißt, in überschaubaren Größen sollte man auf diesen Niveaus, in meinen Augen, in diesen Märkten investiert sein. Und das sind überschaubare Niveaus, je nachdem wie... Aber trauen Sie der Geopolitik? Sie haben es gerade schon angesprochen. Was tut sich da gerade? Also ich traue der Geopolitik schon. Also ich glaube 2024, nein, ich bin der festen Überzeugung, 2024 wird ein Jahr dramatischer Veränderung werden. In den USA, aber auch in Europa wird sich was ändern mit den Europawahlen. Und am Ende 2024 wird die Geopolitik anders aussehen. Ich habe einen Hoffnungswert von 60 Prozent, dass sie friedlicher wird. Was jetzt in der Geopolitik, in der Geowirtschaft nicht unbedingt, aber in der Geopolitik schon. Und das wäre ein großer Gewinn. Ein Donald Trump bleibt einer loose cannon, wie man im Englischen sozusagen pflegt, was Geowirtschaft anbetrifft. Das ist Sanktionspolitik nach Gutsherrenart, die da auf uns wartet. Wir haben ja schon Erfahrungen in seiner ersten Runde als Präsident gehabt, Androhung an deutschen Automobilbauer etc. Das hat ja alles keine Rechtsgrundlagen gehabt, sondern die Macht des Stärkeren, die die USA ausspielen wollen. Deswegen wird der globale Süden eine multilaterale gesetzesbasierte Ordnung, dass auch der, der kleiner ist, sein Recht durchsetzen kann und nicht nur der Stärkere. Das ist ja ein totalitärer Ansatz am Ende, der hier implizit oder auch explizit von den USA geäußert wird. Aber zurück zum Thema asiatische Aktienmärkte, chinesische Aktienmärkte. Fünf bis zehn Prozent kann man dort sicherlich investiert halten, je nachdem, welchen Risikograd man in seiner eigenen Anlagepolitik verfolgt. Für mich sind die Chancen dort enorm hoch. Und ich will das noch in einem anderen Beispiel deutlich machen. Also einmal waren es die 37 Technologiefelder. Dort werden Bildungsoffensiven gemacht. Dort gibt es eine junge Generation, die leisten will, die Partizipation am Erfolg des Landes haben will. Und wenn wir das mal mit unseren westlichen jungen Generationen vergleichen, dann ist die Motivationsgrundlage aus der Gesellschaft für die Ökonomie doch hier eine ganz andere. Hier reden wir von Work-Life-Balance, von weniger Arbeit für mehr Geld. Also wir versuchen hier die Quadratur des Kreises, während die anderen einfach Leistungsprinzipien leben. Und damit steht auch fest, dass wir unter diesen gesellschaftlichen Gesichtspunkten, das sind alles weiche Punkte, im Grunde genommen eher auf der Verliererstraße sind. Wir bräuchten heute einen Umbruch, dass wir einfach sagen, ja, wir haben Lust auf Erfolg, Lust uns einzubringen. Wir sehen die Arbeit nicht als Pflicht, sondern als eine Kür. Ich glaube, diese, und es wird dauern, bis wir dorthin kommen. Irgendwann werden wir übrigens dorthin gezwungen werden, wenn wir so weitermachen, weil wir arbeiten uns immer weiter runter dadurch. Das ist ein sukzessiver Prozess. Deswegen merkt man die nicht so. Beim Digitalen würde man es sofort merken. Also es wäre weiß-schwarz von Hui auf Hui. Nein, das wird hier nicht passieren. Es ist ein sukzessiver Abstieg. Und da kann man sich noch lange auf dem Weg mit Narrativen in die Tasche lügen. Nur Fakt ist, auch das hatten wir jetzt auf der Veranstaltung besprochen, gehen wir mal 30 Jahre zurück, wie viel unter europäischer Unternehmen gab es in den Top 100? Das war im zweistelligen Bereich. Was findet sich da heute? Findet sich da noch ein deutsches Unternehmen? Nein. Wir haben es verschlafen, weil wir technologiefeindlich sind bei Biotechnologie, weil wir das Thema IT nicht angenommen haben, weil man mir nicht folgt. Ich fordere seit Snowden, seitdem ist es ja augenfällig, ein IT-Airboss, damals Tom Enders, der Chef von EADS auch. Wir nehmen ja diese Aufgaben nicht an. Wir leben den Tag und hoffen, dass alles gut geht. Nur wenn ich so ein Unternehmen manage, dann fahre ich das Unternehmen an die Wand. Wenn ich so ein Land manage, fahre ich das Land an die Wand. Und das erkennen wir heute an Kerndaten. Es gibt immer noch eine gute Substanz. Und diese Substanz erlaubt es uns auch etwas zu ändern. Da sind wir in einer Kommodensituation, zum Beispiel Staatsverschuldung, zwischen 60 bis 65 Prozent. USA bei 130, 125, 30 Prozent. Japan 250 Prozent. Wir haben noch die Chance, etwas zu ändern. Nur wir brauchen den Willen. Und für den Willen brauchen wir die Erkenntnis. Und da bin ich dann wieder bei Habeck. Der Staat macht nichts falsch. Da kann ich nur sagen, sorry, die Rahmendaten sind nicht stimmig. Und das ist die Realität. Und Herr Habeck wird von Serialität eingeholt werden. Ich stelle mich nach wie vor zur Verfügung für Gespräche. Wir schauen, ob Herr Habeck das annimmt. Vielleicht schaut er ja zu. Wer weiß es, die digitale Welt ist ja groß. Helmer, Sie haben mir gerade mit Tom Enders ein sehr gutes Stichwort geliefert. Nochmal zur Geopolitik. Sie haben gerade gesagt, Sie hoffen darauf. Sie haben Grund zur Hoffnung, dass es 2024, Ende 2024 friedlicher zugeht. Tom Enders hat vor kurzem aber davor gewarnt, dass Olaf Scholz der neue Chamberlain werden könnte oder dass er gerade so agiert. Herr Chamberlain ist ja bekannt geworden in die Geschichtsbüche eingegangen durch seine Appeasement-Politik. Also man kann sagen, er hat Hitler machen lassen. Hitler unterschätzt, wie man das auch immer ausdrücken will. Und wir diskutieren ja gerade über Taurus, über NATO-Soldaten in der Ukraine. Also geht es nicht gerade eigentlich in die andere Richtung? Viele warnen schon länger vor einem möglichen Weltkrieg. Harari hat vor kurzem auch gesagt, vielleicht sind wir sogar schon mittendrin. Also woher nehmen Sie den Optimismus? Ich nehme den Optimismus daher, dass ich mir die Historie genau anschaue. Ich sehe Risiken, wie bei einer Person wie Hitler, seinerzeit bezüglich der Appeasement-Politik. Aber jetzt müssen wir uns mal fragen, und auch gerade machen, seit 1990, 1990, wer verändert denn die Frontlinien? Hat Russland die Frontlinien verändert oder haben wir sie verändert? Und die NATO-Osterweiterung und der Bordbruch waren eine Aggression faktisch von uns. So kann es empfunden werden auf der anderen Seite. Dann gehen wir weiter. Dann nehmen wir den Budapester Vertrag, der zum Atomwaffenverzicht der Ukraine geführt hat, wo es Signaturmächte gibt, die das Ganze garantieren. Und wir haben gesagt, die Russen haben den Budapester Vertrag gebrochen. Und das stimmt, aber nicht als Erste. Wenn Sie den Paragrafen 1, Artikel 1 des Vertrags lesen, dann steht da, dort wird sowohl die Souveränität als auch die territoriale Integrität garantiert. Nur wenn dann die USA eben sagen, we paid five billion to get our boys in, war das der Angriff auf die Souveränität. Das war die Aktion und was dann später gekommen ist mit der territorialen Integrität, ist die Reaktion. Also auch hier wieder ganz klar Differenzierung. Dann nehmen wir den Minsk-II-Vertrag. Der Budapester Vertrag war ja noch nicht mal UN-ratifiziert. Der Minsker Vertrag dagegen sehr wohl. Und da haben wir bewusst den Vertrag als Vertragspartei gebrochen. Wir wurden vertragsbrüchig. Wenn ich vertragsbrüchig bin, ist das die Aggression. Dann gab es das Angebot November 21. Bitte sprecht mit uns über eine Sicherheitsarchitektur seitens Moskaus vor diesem militärischen Angriff in der Ukraine. Und was haben wir gesagt? Wir haben jedes Gespräch abgelehnt. Und dann frage ich mal, da zieht dieses Thema Chamberlain-Appeasement-Politik nicht. Dann sehen wir eine Aggression, die von einer bestimmten Seite kommt. Genauso dann auch im April 22 mit Johnson, der nach Kiew fährt, um den Friedensvertrag zu verhindern. Dort ist doch das Bemühen gewesen. Wer ist denn hier wirklich der Aggressor? Diese Frage, die müssen wir zulassen. Auch in Demut. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte spezifisch, die wir mit Russland haben. Und von daher kann ich Herrn Scholz übrigens bei Taurus verstehen. Was hier läuft, ist alles sehr, sehr dünnes Eis. Unter Völkerrechtsgesichtspunkten, Kriegsrechtsgesichtspunkten. Und ich glaube, es steht uns gut an, dass wir uns eher so wie immer früher, dass wir uns in Deutschland um Frieden bemühen und nicht um Eskalation im Krieg. Denn am Ende ist es eine Eskalation. Und diese Eskalation bezahlen die Ukrainer mit ihrem Leben. Und nicht nur die Ukrainer, auch russische Menschen. Und als Humanist bin ich grundsätzlich gegen Krieg und für den Ausgleich. Und ich glaube, wenn Sie eine unabhängige Umfrage heute in der Ukraine machen würden, dann wären die Ergebnisse durchaus aus Sicht mancher hier im Westen vielleicht ja nüchterner, als wir uns das heute vorstellen können. Helmer, ich finde das immer sehr gut, dass Sie differenzieren, dass Sie auch die anderen Perspektiven einnehmen. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal da nachhaken. Denn Aggressionen, Provokationen, hin und her, sicherlich wurden viele Fehler gemacht. Das ist klar, das ist ja im Leben meistens so. Trotzdem, dass Putin in der Ukraine einmarschiert ist, zeigt das nicht, ist das nicht Beweis genug, dass man ihm noch viel mehr zutrauen muss, dass man keine Schwäche zeigen sollte. Und es ist, man kann doch jetzt nicht einfach sagen, ach, das ist jetzt mal so passiert, das kann man doch nicht einfach so stehen lassen, oder? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären in der Ukraine und jetzt würde jemand von außen sagen, jetzt stellt euch nicht so an, so geht es doch nicht, oder? Ich bin da vollkommen bei Ihnen. Also ich lehne jede Form der kriegerischen Aggression ab und damit auch den Angriff auf die Ukraine. Punkt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wenn wir das machen, dann müssen wir aber auch selbstkritisch mit uns in den letzten 20 Jahren umgehen, was wir gemacht haben, was völkerrechtswidrig war und was vielleicht aktuell auch noch irgendwo anders gerade passiert, Richtung Gaza, was vielleicht auch nicht den Menschenrechten und den kriegsrechtlichen Geflogenheiten entspricht. Also dann bitte dieses Maß eins zu eins auch anwenden. Und nicht zu sagen, die Asymmetrie wäre ja gegen das Antidiskriminierungsgesetz, das wir in Deutschland haben und in Europa verankert haben. Das ist der eine Punkt. Damit will ich das aber nicht nivellieren. Also für mich ist aber eins sehr deutlich, wenn wir uns mal die Arsenale anschauen, zwischen Russland, Militärbudget um die 80 Milliarden Dollar, dass der USA geht jetzt für 2025 auf 895 Milliarden Dollar, wenn wir die größte NATO-Staaten noch dazu zählen, dann haben wir ein Verhältnis, wo man einfach sagen kann, auf welcher Basis gibt es überhaupt nur die Perspektive, dass Russland sich mit diesem Potenzial durchsetzen könnte. Der nächste Punkt ist, wenn ich wieder Länder besetzen würde, was ja diskutiert wird, Est, das Baltikum oder wie auch immer. Wie kann ich eine Kontrolle ausüben gegen die Bevölkerung vor dem Hintergrund einer kontingentierten Größenordnung, die ich militärisch habe? Also ich halte diese Dinge für zum Teil an den Haaren herbeigezogen. Auch gerade, weil sich Russland sehr um eine Sicherheitsarchitektur im Vorwege der militärischen Operation bemüht hat. Wo man gesagt hat, es kann doch nicht angehen, dass seit quasi 1997 russische Interessen als größte Atommacht vollkommen ignoriert worden sind und am Ende nicht mehr ernst genommen worden sind. Und das ist wahr. Also an dem Punkt muss ich Herrn Putin recht geben. Das ist, aus deren Sicht ist man latent ignoriert worden. Und die USA würden das nicht zulassen für sich, im mittelamerikanischen Raum. Und wir sind gut beraten, meines Erachtens, Ausgleich zu suchen, dass alle Sicherheitsinteressen am Ende berücksichtigt sind. Und kann ich eine Garantie dafür geben, dass Herr Putin es nicht dann doch versucht? Nein, die kann ich nicht geben. Aber was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir eine europäische Sicherheitsarchitektur. Und wir brauchen eine Militärpolitik innerhalb der Europäischen Union, die unseren Interessen wirklich dient. Was wir hier haben, ist eine Fragmentierung, die zu einer hohen Ineffizienz am Ende führt. Das sehen wir. Und da brauchen wir einen europäischen Ansatz. Und wenn Sie mich verfolgen über die letzten 20 Jahre, dann setze ich mich genau für diese Homogenisierung innerhalb Europas ein. Das ist aber ja nicht gehört worden. Aus welchen Gründen auch immer. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Sondern wenn Europa eine Chance haben will, noch einmal ernst genommen zu werden, dass wir unsere Wirtschaftsinteressen vertreten können, dann brauchen wir eine Homogenisierung der Positionierung. Und die ist heute nicht gegeben. Beispiel, wenn Herr Scholz von den Vereinten Nationen redet, ist vor der Generalversammlung, ist sie leer. So etwas hat es in der Geschichte Deutschlands noch nicht gegeben, bis zu dieser Situation jetzt, mit der wir durch die Ukraine-Krise konfrontiert sind. Und damit können wir auch unsere Interessen international nicht so wahrnehmen, wie wir sie früher wahrgenommen haben. Da galten wir als ein fairer Makler, auch als Teil des Westens ein fairer Makler zwischen den Blöcken. Man konnte mit uns reden. Wir waren quasi ein Moderator, um auch deren Positionen deutlich zu machen und vielleicht auch mitzuvertreten, um konstruktive Lösungen zu bekommen. Und konstruktive Lösungen sind für mich nicht Krieg, sondern konstruktive Lösung ist, zurück auf einen Friedenspfad zu kommen, der den Menschen auch vor Ort gerecht wird. Sieht man, wie naiv wir gerade agieren, ist das ein Zeichen, dass man abgehört wird, dass man auf der einen Seite irgendwie mittendrin steckt, auf der anderen Seite auch nicht anerkennt, dass das vielleicht wieder eine Form von kaltem Krieg ist. Ist das vergleichbar mit der wirtschaftlichen Entwicklung, dass man einfach die Realität ein bisschen ausblendet? Also wir nehmen in Europa, aber insbesondere in Deutschland, eine Position ein, die von einer großen Naivität geprägt ist. Ich glaube, man hat sie bewusst gewählt, weil es sonst zu unangenehm wird, sich mit den Themen ernsthaft tatsächlich auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das Kernproblem. Ich glaube, wir müssen diese Welt mal neu begreifen. Es ist eine Welt, die vor dem größten Umbruch steht. Und sie steht deswegen vor dem Umbruch, weil der Westen seiner Verantwortung als gutmütiger Hegemon in den letzten 20, 30 Jahren nicht gerecht geworden ist. Und deswegen der Süden, der eine immer höhere wirtschaftliche Bedeutung gewonnen hat, eigene Wege gehen will, sich von uns trennt. Und dieser Weg wird weiter beschritten werden. In dieser Diskussion jetzt auch mit dem Wirtschaftsprofessor, A, die ich jetzt aktuell hatte, war das auch ein Thema, wo wir über die Themen des globalen Südens und deren Probleme, insbesondere auch Chinas Immobilienbranche, Demografie usw. diskutieren. Aber am Ende steht die Quintessenz, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert auf ganz vielen Ebenen, weil man überall versucht, in den zukunftsträchtigen Branchen sich so aufzustellen, dass man unverzichtbar ist in der Weltwirtschaft. Und das sind alles Gedanken, die wir hier nicht haben. Wir leben in den Tag hinein in der Politik. Das war unter Frau Merkel schon so. Es war Verwaltung und nicht Gestaltung. Von Politik muss ich erwarten in Richtung Ökonomie, dass ich einen Gestaltungswillen habe, dass ich ein Team habe, das losgelöst von den Regierungswechseln latent quasi mit Case Studies, mit Analysen voranschreitet, sagt, okay, was kann passieren, was ist unsere Antwort darauf, wo wollen wir eigentlich wirklich hin, haben wir Ziele definiert oder ist unser Ziel einfach nur ein bisschen gendern und dies und das jenes. Alles nice to have. Aber wenn wir über Staatlichkeit reden, dann hängt die Staatlichkeit immer an der Veritabilität, an der Stärke der Ökonomie. Überall da, wo Ökonomie zerfällt, zerfällt Demokratie, was zu Demokratur, Autokratie oder sogar Beispiel Deutschland 29, 32, Folge 33. Also ein guter Demokrat muss ein guter Ökonom sein und eine gute Regierung hat Ideen, wo man eine Ökonomie hinentwickeln kann. Jetzt können wir sagen, ja, wir haben die grüne Idee. Aber tut mir leid, das ist ideologisch gemacht, nicht pragmatisch. Da stehen Kosten und Nutzen nicht in meinem Einklang. Ich will ein Beispiel nennen. Heizungsgesetz kostet über den Daumen, die Zahl ist 1,5 Billionen. Wir haben eine Staatsverschuldung von 2,5 Billionen. Es sind also 60 Prozent der Staatsverschuldung, die überwiegend von privaten Haushalten zu wuppen sind. Was erreichen wir damit? Wir erreichen damit, den CO2-Ausstoß Chinas eines Tages auf dem aktuellen Niveau zu neutralisieren. Mein Vorschlag ist, die gesamte Europäische Union nimmt 100 Milliarden Euro, also ein Fünfzentel in die Hand, forstet freie Flächen nach besten Kenntnissen heute, Feuerveränderungen etc. pp. auf. Und man hat einen dauerhafteren, größeren Impact in der CO2-Bilanz als mit einem solchen Heizungsgesetz, das auch noch in die Freiheit und das Eigentum der Menschen eingreift. Lasst uns doch mal pragmatisch denken. Lasst uns Lösungen hervorrufen oder forcieren, die den wirtschaftlichen Körper nicht belasten mit Verbotsstrukturen, sondern lasst uns doch mal Angebotsstrukturen machen. Das ist zehnmal besser. Das nimmt die Menschen auch viel besser mit. Und lasst uns Lösungen machen, die wirklich einen sofortigen Impact haben. Die Kosten günstig sind und die uns in der Anpassung der Transition eine gewisse Zeit geben, um diese Nachhaltigkeitsziele, gegen die ich überhaupt nicht bin, mittellangfristig dann erfolgreich zu erreichen. Herr Helmeier, das ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Was mich noch interessieren würde, um das Thema Geopolitik vielleicht, worüber wir gerade gesprochen haben, abzuschließen. Kommt Trump zurück? Welche Rolle spielt die US-Wahl? Glauben Sie, dass er zurückkommt? Und glauben Sie, dass er das vielleicht auch aus Egoismus beenden wird, das Thema Krieg, oder versuchen wird, das Ganze zu beenden, nach dem Motto, ich will mich auf die Wirtschaft konzentrieren, America first, und der Rest interessiert mich nicht? Also Ihnen wird der Rest schon interessieren. Also erstens, ich gehe davon aus, mit der 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewählt wird. Wer das bis dahin schafft. Es gibt ja immer noch ein paar Obstacles, rechtliche Obstacles, aber vielleicht nicht jeder Politiker erlebt ja den Zinid seines Lebens, so wie er ihn sich vorstellt. Also da sind Restrisiken gegeben. Ich gehe davon aus, dass Trump gewählt wird. Ich gehe davon aus, dass dann in der Tat die Auseinandersetzung, die militärischen Auseinandersetzung zurückgefahren werden. Die Unterstützung für Israel steht. Das muss man auch sagen, dass die eine Seite, Ukraine, Krieg zurückgefahren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Taiwan, China im Moment nicht hochkochen wird, auch durch die neue taiwanesische Regierung. Es ist wieder ein Präsident, der sehr pro Eigenständigkeit Taiwans ist, aber im Parlament hat er keine Mehrheit mehr. Also von daher ist die Position nicht mehr so stringent seit Januar, wie sie vorher war. Da ist man zu Kompromissen gezwungen. Denn die Mehrheit im Parlament steht für eine China-freundlichere Politik. Also von daher ist dieser Konflikt erstmal kein heißer Konflikt, absehbar. Aber in der Geowirtschaft wird er meines Erachtens, und das hat er angekündigt, Zölle auf chinesische Güter in Höhe von 60 Prozent, aus Europa von 10 Prozent erhöhen. Dafür aber Steuersenkungen dann, um die Haushalte zu entlasten. Das wird alles auch kurzfristig zu Friktionen führen. Aber ich sage auch, diese kurzfristigen Schlachtgewinne, die die USA damit erzielen können, werden mittellangfristig dazu führen, dass die USA sich immer weiter isolieren. Innerhalb der Weltwirtschaft. Und das tut nicht gut. Das heißt, ich habe kurzfristig Erfolge, die ich vorweisen kann, aber mittellangfristig verliere ich damit das Terrain, auf dem ich arbeiten kann. Als Beispiel. Solche Zölle würden ja dann auch reflektiert werden von Gegenmaßnahmen seitens der Länder. Dann kann man nachher sagen, okay, ich gehe mit meiner Produktion in die USA, aber ich kann nachher nur noch eigentlich den heimischen Markt in den USA befriedigen. Jetzt schauen wir uns aber mal die Kerndaten an. Staatsverschuldung, 8% der Wirtschaftsleistung in etwa für 2% Wachstum. Wir haben die Konsumenten mit der höchsten Konsumverschuldung. Wir haben die Unternehmen auf dem höchsten Niveau der Unternehmensverschuldung jemals. Man kommt da an Grenzen. Wo sind da die großen Wachstumschancen? Und auf der anderen Seite der globale Süden, weil es sogar 70%, 75% Anteil in der Weltwirtschaft geht. Dort habe ich also ganz andere Ressourcen. Und dann werden sich die Unternehmen fragen, wo will ich mich dann aufstellen? Das heißt, kurzfristig ist dort eine Gewinn-Skala für eine Präsidentschaft Trump gegeben, aber unter mittel- und langfristigen Gesichtspunkten würde es kontraproduktiv wirken. Und dann muss Europa sich in diesem Fall auch mal fragen, wenn wir also eine internationale Wirtschaftspolitik der USA haben, die vollkommen unberechenbar ist, vielleicht sind morgen dann die Zölle nicht mehr 10%, sondern 20%, weil es dem Herrn so gefällt. Dann muss man mal fragen, was ist das denn für eine wirtschaftliche Partnerschaft? Kann ich mich darauf verlassen? Und ist es dann vielleicht weiser für Europa, sich auch ökonomisch dorthin auszurichten, wo man eine multilaterale, gesetzesbasierte Ordnung hat? Also diese Fragen, die werden sich im Zuge des Ganzen aufdrängen. Und ich bin gespannt, was auch bei den Europawahlen rauskommt. Also meines Erachtens wird die Konstellation, wie sie heute im Europäischen Parlament gegeben ist, sich so nicht fortsetzen lassen. Wir sehen einen gewissen Rechtsruck, der durch die Länder der Europäischen Union geht. Und das wird sich bei diesen Wahlen in irgendeiner Form manifestieren. Da muss man mal schauen, ob das auch wieder zu veränderten politischen Konstellationen in der Ausformung der Politik der EU-Kommission kommt. Lassen Sie uns mal zur Investmentseite kommen. Also das klang ja jetzt fast so ein bisschen wie USA könnte noch kurzfristig laufen, aber längerfristig vielleicht ein bisschen ausgereizt. Das Schuldenproblem, das ist ja auch schon faszinierend. Also alle 100 Tage kommt ja eine Billion obendrauf an Schulden. Also das muss man auch erst mal, muss man sich erst mal vorstellen, diese Dimension. Schulden sind schon hoch. Bewertung auch nicht gerade niedrig. Also würden Sie die USA eher reduzieren, dann eher Richtung globaler Süden, vielleicht Europa, wenn man Chancen nutzen sollte. Auch eine Idee oder auch sicherheitstechnisch eher Richtung Gold, Rohstoffe ist jetzt nicht sicherheitstechnisch, aber vielleicht auch spannend oder vielleicht sogar Bitcoin. Was destillieren Sie aus diesen Erkenntnissen? Also ich bin der fest überzeugen, dass man hat eins, weder amerikanische, noch deutsche, noch europäische Unternehmen, nur durch das Prisma der eigenen Volkswirtschaften sich anschauen sollte. Da gibt es einfach historische Erfahrungswerte. Siemens gibt es seit 1841, wenn ich das recht entsinne. Und Siemens hat alles überlebt. Staatsbankrotte, Weltkriege, Hyperinflation etc., PP, Währungsschnitte. Also von daher bin ich in der Betrachtung der USA, der Volkswirtschaft ist das eine in der Gesamtheit. Aber wenn ich mir die Unternehmen anschaue, die an sich Global Player sind, bin ich da positiv. Wenn ich bestimmte Branchen spielen will, Biotechnologie, Hochtechnologie, IT, Künstliche Intelligenz, dann komme ich um die USA gar nicht drum herum. Und da sind sie fantastisch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich differenziere ganz klar zwischen politischer Elite und ökonomischer Elite. Da gibt es nun, wer das miteinander vermengt, macht einen riesigen Fehler. Habe ich früher mal, als ich jung und blauäugig, noch blauäugiger war, auch mal gemacht. Das ist ein fataler Fehler. Nein, die Welt entwickelt sich weiter und der größte Umbruch größer als das Internet ist künstliche Intelligenz. Auch ein Thema, das gerade jetzt auf der Veranstaltung diskutiert wurde. Und es wird in meinen Augen, und da bin ich nicht alleine, immer noch in seiner disruptiven Form vollkommen unterschätzt. Wirtschaft wird mit künstlicher Intelligenz neu gedacht. Das hat übrigens einen disinflationären bis deflationären Effekt. Der aber erst mittellangfristig kommt, das ist eine sukzessive Entwicklung. Und von daher schaue ich mir Unternehmen an. Ich schaue mir Branchen an. Das möchte ich haben, jenes möchte ich haben. Und natürlich sind solche Unternehmen, die Technologieführerschaft haben, immer hoch bewertet. Aber sie haben dann zumeist eben auch über Skaleneffekte, Umsatzentwicklung, holen das dann relativ schnell wieder auf. Also, ich bleibe hier wirklich für diese Sektoren grundsätzlich bullish, freue mich über jeden Rücksetzer, weil er mir die Möglichkeit gibt, noch mal günstig zuzuschlagen oder günstiger, nicht günstig, aber günstiger zuzuschlagen. Ich halte diese Entwicklung für nicht aufhaltbar, auch nicht durch Regulatorik und Politik. Und für den kleinen Verbraucher vielleicht schon, aber auch gerade in der industriellen Anwendung, dort wird das massive Veränderungen und Skaleneffekte mit sich bringen. Also, da bin ich zuversichtlich. Also, auf der Investmentseite bin ich sowieso zuversichtlich, weil die globale Wirtschaft wächst mit 3,1 Prozent. IWF hat die Wachstumsprognose im Januar von 2009 auf 3,1 hochgenommen. Der globale Süden läuft rund, Asien läuft innerhalb des globalen Südens am besten. Europa wird damit auch ein Stück weit und der Westen mit alimentiert durch die Nachfrage, die sich dadurch ergibt. Also, das wird meines Erachtens auf so einem Pfad bleiben. Und wenn wir in der Tat in der Geopolitik etwas Entspannung bekommen, ein Stück weit konterkariert durch Geowirtschaft seitens der USA, dann erhöhen sich an sich in meinen Augen die Wachstumspotenziale nochmal. Und die Welt dreht sich weiter. Wir haben über 8 Milliarden Menschen, die müssen grundversorgt werden. Also, ich bin auf der Investmentseite sehr, sehr zuversichtlich weiterhin für die Aktienmärkte. Und zur Aktualität, wenn wir jetzt mal auf Kurzfristigkeit auch gehen, dann haben wir doch eine Situation, wo der Markt nicht euphorisch ist. Wer der Markt jetzt euphorisch und man würde einfach sagen, morgen gibt es keine Aktien mehr, also was hat es gegeben, neue Marktkrise damals, da ging das so in diese Richtung. Wir haben noch eine ganz andere Geschichte. Wir robben uns so peu a peu weiter vor und jedes Niveau wird sofort wieder von den Profis auch abgesichert. Das heißt, die sogenannten Long-Positionen, also die Positionierung in Aktien, ist gar nicht so hoch, als dass es massive Rücksetzer zunächst erlaubt. Wir bekommen Rücksetzer, die haben ja mal 1, 2, 3 Prozent, das geht 2, 3 Tage und sofort kommen die Käufer wieder rein, weil der Markt eben nicht überkauft ist. Und damit robben wir uns zunächst, dass das kurze Bild so peu a peu weiter nach vorne vor und nochmal auch den DAX bitte. Nicht, nicht durch das Prisma der deutschen europäischen Wirtschaft sehen. Die DAX-Unternehmen machen 80 Prozent ihrer Umsätze außerhalb Europas und es gibt ja auch US-Konzerne, die ein Europa-Geschäft haben. Das wird da nicht bewertet, aber bei uns auch ein europäisches Unternehmen, das geht nicht. Nein, die machen 80 Prozent ihrer Umsätze außerhalb Europas. Punkt. Die hängen an der Weltwirtschaft. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend um mir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Rückgrat für unsere Unternehmen zu zeigen. Bieten sich da aus Ihrer Sicht gerade Chancen bei denen, die, ja, man kann schon sagen, richtig verprügelt wurden? Da fällt einem natürlich Bayer ein, da fallen einem auch die deutschen Autobauer ein. Sind natürlich zwei total unterschiedliche Paar Schuhe, aber bieten sich da aus Ihrer Sicht Chancen? Ja. Und nehmen wir das Ganze mal Autobauer. Deutschland war die führende Autobauernation. Und da haben wir diesen Sektor überfrachtet. Auch mit Regulatorik, daraufhin wurden sie kreativ, Abgasnormen etc. pp. Falsch, rechtlich nicht sauber, muss bestraft werden. Was passiert aber jetzt? Wir haben lange dieses Thema COP gehabt, COP 25, 26, 27 und das Ganze war immer sehr ideologisch ausgerichtet. COP 28 jetzt in Saudi-Arabien, war das erste Mal pragmatisch. Und ich habe mich sehr gefreut über diesen Pragmatismus, weil Pragmatismus bringt uns weiter, nicht Ideologie. Man hat erst das erste Mal konstatiert, ja, wir brauchen erst mal noch die fossilen Brennstoffträger, um überhaupt die grüne Transition perspektivisch produzieren zu können. Der nächste Punkt ist, das Verbrenner aus der Europäischen Union steht jetzt zur Disposition. Großbritannien hat sich von den Klimazielen verabschiedet. Die USA bezüglich der Elektromobilität rudern sie zurück. Das heißt, wir gehen mehr in einen pragmatischen Raum und ich gehe fest davon aus, dass der Verbrenner uns noch länger beschäftigen wird, als wir uns das vorstellen können. Und warum ist das so? Weil er viel CO2-freundlicher ist, als es dargestellt worden ist. Denn jetzt gibt es eine neue Studie bei der Europäischen Union, deswegen auch dort die Diskussion über die Aufhebung des Verbrennerhauses. und nachher sind Autos mit grauem Wasserstoff das Übelste für die Umwelt. Dann kommt E-Mobilität und Diesel etc. pp. sind deutlich weiter vorne. Das heißt, wir müssen uns gerade machen. Also Ideologie hilft uns nicht weiter. Hier sind wir pragmatisch. Und das schafft doch genau den Raum für die Unternehmen der Automobilbranche, die nicht nur auf E-Mobilität gesetzt haben wollen. VW ist sehr stark in diese Richtung gegangen. Deswegen trommelt man jetzt auch dafür, dass man dabei bleiben will, weil sonst ja bestimmte Investitionen vielleicht durchaus im Feuer stehen. Aber es gibt Daimler und BMW als Beispiel, die einen hybriden Ansatz dort gefahren haben. Nein, wir machen jetzt mal weiter und setzen nicht nur auf eine Karte. Und von daher bezüglich Bewertungen und auch Erfolgen, wenn wir Daimler nehmen, hoch profitabel das Unternehmen aktuell verdient, irrsinnig viel Geld, dann werden wir sehen, dass auch da wieder Investitionsmittel seitens des Aktienmarktes allokiert werden. Das ist für mich keine Frage. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wenn ich jetzt eigentlich mal alles so zusammennehme, was wir die letzten Minuten besprochen haben, KI, sicherlich Produktivitätsgewinne, deflationäre Einflüsse und so weiter und so fort. Auch mehr Pragmatismus, Überraschungspotenzial, sage ich mal, ins Positive, auch bei der Geopolitik. Natürlich gibt es auch immer Risiken. Klar, was könnte schiefgehen? Denn grundsätzlich, wenn nichts Großes schiefgeht, könnte das ja, ich sage es mal, richtig gut werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Was sind so die Baustellen, wo Sie sagen, wenn das schiefgehen würde, dann ist das eigentlich alles hinfällig? Also ich sage ganz offen, für mich wäre eine Wiederwahl der Demokraten sehr kritisch, weil dann der Belizismus, den wir haben, sich fortsetzt. Ich will ein Beispiel nennen. Einfach um auch mal unsere, wir leben in einer gewissen Echokammer in der westlichen Welt. Die Brown University von Rhode Island in den USA hat jetzt eine Studie rausgebracht und festgestellt, dass die USA und der Westen in Anführungsstrichen in diesem Jahrtausend für viereinhalb Millionen Tote, zumeist völkerrechtswidrig, verantwortlich sind. Damit führen wir ziemlich weit. Und diese Asymmetrie, wie wir uns sehen und andere uns sehen, der globale Süden sieht uns nicht so, wie wir uns selbst sehen, ist dabei riskant. Also wenn Demokraten noch mal rankommen, dann wird das Thema sehr viel belizistischer in meinen Augen. Auf dieser Welt. Ihre These ja, Biden ist viel gefährlicher als Trump. Für mich ist Biden gefährlicher als Trump, sage ich ganz deutlich, was die Geopolitikern betrifft. Andersrum bei der Geowirtschaft. Da ist Trump gefährlicher als die Administration Biden. Jetzt die Frage, was ist für die Welt wichtiger? Für mich ist Frieden. Und fragen Sie Menschen, die dort, ich habe einen Syrer kennengelernt, der hat gesagt, nein, Entschuldigung, ein Libyer, der hat gesagt, sie haben unser Land zerstört, wir hatten ein besseres Gesundheitssystem vor diesem militärischen Angriff auf Libyen als Deutschland. Frauen hatten Frauenrechte, die konnten Karriere machen, die konnten alles machen. Ja, das war keine Demokratie, aber es ging uns extrem gut und heute liegt das Land in Scherben. Also wir sollten uns schon mal hinterfragen, ob alles das, was wir so machen, auch richtig ist und wie gesagt auch mal mit Demut drauf schauen, sagen, wie schauen eigentlich andere auf uns? Das ist eine Frage der Empathie, der außenpolitischen Empathie. Wie sehen wir uns selber und wo liegt eigentlich ein Maß und Mitte am Ende? Also von daher, das ist ein Risiko, das ich sehe. Das zweite Risiko ist, dass wenn es der Wirtschaft zu gut geht, das Thema Inflation wieder stärker zum Greifen kommt. Also das könnte perspektivisch in meinen Augen noch ein Spielverderber werden. Wir sehen jetzt, schon im vierten Quartal hatten wir bis zu 10 Zinssenkung A0,25 Prozent in den USA eingepreist. Nun, das war ein bisschen Champagnerlaune und vielleicht auch noch irgendwelche Mittel aus Kolumbien dabei. Wir sind jetzt mittlerweile bei drei bis vier und vielleicht werden es auch am Ende nur zwei bis drei. Wichtig ist auch hier Maß und Mitte, lieber weniger, aber nachhaltig die Zinssenkung, als dass man jetzt viel macht, um dann wieder aus der Nummer rauszukommen. Was glauben Sie, was die FED machen wird, eher vorsichtig? Drei. Drei Senkungen dieses Jahr A0,25, EZB in der Tendenz 2 und das ist alles okay. Ich halte es für richtig, dass der Produktionsfaktor auch einen Preis hat. Wir kommen ja aus einer Frage, einer Phase, wo der Produktionsfaktor Kapital keinen Preis hatte. Nullzinsen, Negativzinsen, Niedrigzinsen, das ist verkehrt. Wir haben Produktionsfaktor Arbeit, Bodenkapital und jeder muss auch einen Preis haben. Ich freue mich, wenn wir einen niedrigen Preis für den Produktionsfaktor Kapital haben, aber immer auch in der Konnektivität mit Inflation, mit dem desinflationären, deflationären Impuls, mittelfristig, künstliche Intelligenz, denke ich, ist ein relativ im historischen Kontext Niedrigzinsniveau wahrscheinlich. Aber das Risiko ist immer, dass zu wenig investiert wird. Und jetzt komme ich, erlauben Sie mir das noch, wir haben an sich seit 2017 eine globale Unterinvestition. Warum? Erst Trump, Gutsche Anrat, Sanktionspolitik, Drohungen gehen in die Welt hinein, dann Corona-Krise, dann Ukraine-Krise und damit wurde von Seiten der Unternehmen nie so viel investiert in einer Durchschnittsbetrachtung, wie normalerweise, um mit den Kapazitäten auch der wachsenden Weltwirtschaft Schritt zu halten. Und damit haben wir immer wieder aufgrund dieses Mangels an Investitionen über viele Jahre, das ist jetzt in der Größenordnung von 70 bis 100 Prozent eines Gesamtvolumens von Investitionen eines Jahres, besteht immer wieder das Lieferkettenproblem. Wir müssen an sich in eine Phase hinein, wo die Kapazitäten an die zukünftige Nachfrage besser angepasst wird, um solchen inflationären Druck mittellangfristig zu verhindern. Da sind wir derzeit nicht, dafür brauchen wir mehr Resilienz, mehr Widerstandskraft in Geopolitik und Geowirtschaft, am besten eine gesetzesbasierte multilaterale Ordnung. Übrigens, Herr Scholz sagte das im Mai letzten Jahres auch, ich war ganz erstaunt, ich wurde davor für solche Dinge angegriffen, aber Olaf sagte es auch nur. Der Punkt ist, dass es hehre Worte waren, seitdem ist dem nichts gefolgt, wir brauchen Taten, die in diese Richtung gehen. Also wenn das passiert, passierte, dann werden wir mehr Investitionen sehen, dann werden wir mittelfristig, also dieses Lieferkettenproblem auch besser im Griff haben. Das aber, sofern, wie gesagt, Inflation ist ein Thema, dass das nochmal aus dem Ruder läuft, dass zu vielen Zinsenken gemacht werden, dann man zurückrudern muss, Geopolitik bleibt ein großes Risiko und ansonsten bin ich zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich für die Welt, ich bin sehr kritisch mit Deutschland, lasse mich das zum Abschluss hier noch sagen. Bei allen Rahmendaten, die für Investitionstätigkeit von Elementarster Bedeutung sind, klassische Infrastruktur, IT-Infrastruktur, Bildungsniveau, wir stehen nur noch vor Rumänien und Europa, Bürokratie, auch dieses Entlastungsgesetz von jetzt knapp einer Milliarde, nice to have, viel, viel mehr ist bitter notwendig, Hochsteuerland, Demografie, wenn wir diese ganzen Themen nehmen, keine nachhaltige Energieversorgungssicherheit, wurde jetzt gerade vom Bundesrechnungshof, glaube ich, wenn ich das recht ins Sinne auch gerügt, keine Konkurrenzfähigkeit bei Energiepreislichkeit auf internationaler Ebene, dann sind das Themen, die adressiert werden müssen. Für die Welt mache ich, um die Welt mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir aber um diesen Standort Deutschlands Sorgen. So wie noch nie zuvor. Und jeder Tag, der ohne Adressierung dieser relevanten Themen vergeht, ist ein Tag, wo die Substanz hier verloren wird. Ich hatte eingangs das Thema Netto-Kapitalabflüsse. Wir können uns mit Subventionen im Moment, weil immer noch Substanz da ist, im Verhältnis zu anderen Ländern, bei Staatsverschuldung, bestimmte Investitionen kaufen. Nur das sind doch keine loyalen Investitionen. Gekaufte Investitionen sind nicht so gut wie welche, die aus der eigenen Konkurrenzfähigkeit heraus erwachsen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wenn wir das nicht tun, verspielen wir die Zukunft unserer Kinder. Helmer, noch abschließend ganz zwei schnelle Fragen. Sie haben gerade gesagt, ja, ich übersetze mal, die Uhr tickt. Wir müssen jeder Tag, dem wir die Probleme nicht anpacken, tut weh, wird sich rächen. Wie tief fallen wir denn, wenn wir jetzt nicht bald die Kurve kriegen, die wichtigsten Probleme anpacken? Wir haben noch mehr Substanz als beispielsweise Griechenland. Das ist meines Erachtens eine Entwicklung, die ist eine sukzessive. Sie nimmt aber an Dynamik immer weiter zu. Und wir werden es merken, wenn wir nichts tun, dass in zwölf Monaten immer mehr die Arbeitsmärkte wackeln. Und dann kriegen wir auch Unruhe in der Bevölkerung. Das ist meine Prognose. Eine Fortsetzung dieser Politik für weitere zwölf Monate führt dazu, dass die jetzt erodierten Investitionsströme dann eben auch zu Personalmaßnahmen führen, die zu großer Verunsicherung innerhalb der gesamten Gesellschaft führen. Das klingt schon mal nicht gut. Und jetzt die letzte Frage. Was würden Sie ganz konkret, wir tauschen Sie heute, Sie haben ihn gerade vorher Olaf genannt. Olaf sagt, ja, ich habe das Video mit Herrn Helmer gesehen. Das war wirklich überzeugend. Ich glaube, der kann es besser. Was würden Sie, wenn Sie das Ruder übernehmen würden, ganz konkret ändern? Ein, zwei, drei Maßnahmen. Was würden Sie tun? Die erste Maßnahme wäre innerhalb Europas, mich um eine ernste Friedensinitiative Richtung Russland zu bemühen, um den Menschen in der Ukraine selber Perspektiven wieder zu öffnen, die sie jetzt definitiv überhaupt nicht haben. Um hier dann auch in eine wirtschaftliche Kooperation einzutreten, die viel stärker das gesamte Osteuropa inkludiert, auch mit BRICS-Ländern, mit China. Eine ganz klare Ausrichtung. Also es ist nicht der Frage, ob wir globale Süden jetzt 70 Prozent haben, sondern die Frage, also wann haben Sie 75, wann 80 Prozent? Wir haben ein exportorientiertes Modell in Europa. Wo muss unser Fokus drauf liegen? Auf diesen Märkten mittellangfristig. Keine moralinduzierte Außenpolitik, sondern eine pragmatische, die den Interessen der Bürger hier vor Ort entspricht. Das entspricht auch der UN-Karte Artikel 2 über die Souveränität von Staaten. Der zweite Punkt, den ich machen würde, wäre eine der größten Bildungsoffensiven, und ich würde versuchen, sie europäisch zu machen, das sind die besten Professoren der Welt. Dafür muss man viel Geld in die Hand nehmen, aber das ist Investition. Dass die besten Professoren hier sind, dann würde man, ähnlich wie Heidelberg, heute weltführend ist in Onkologie, dann würde man in Europa Zentren haben für IT, für alle zukunftswichtigen Felder. Dort gleichzeitig die Förderinstitute, Fraunhofer und wie sie alle heißen, anflanschen, auch die europäischen, um dann eine Generation von Unternehmen zu schaffen, die die Zukunft der Wirtschaft mit kreieren helfen. Das haben wir alles schon mal gehabt in der Historie. Und das hatten wir 1914, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, war Deutschland führend in 85 bis 90 Prozent der Wissenschaften und deren industriellen Anwendungen. Das war sensationell. Und das ist genau das, was China macht. Und da müssen wir uns meines Erachtens ertüchtigen. Also eine Bildungsoffensive, gleichzeitig Infrastruktur und IT-Infrastruktur, weil da geht es ums Ganze. Und dann haben wir da das nächste große Ding, das ist der IT-Airbus. Und das will ich noch bringen. Also wir haben außenpolitisch, Neuausrichtung, Friedensorientierung, damit auch die Lösung des Energieproblems. Bildungstechnisch diese Cluster bilden, wo wir wirklich jetzt wieder dann in der ersten Liga mitspielen. Nicht wie jetzt beim SB-Institut Europa findet nicht statt. Und der dritte Punkt ist eine IT-Infrastruktur. Wir sehen, künstliche Intelligenz, diese Themen nehmen immer mehr Raum ein. Und wir können uns nicht auf die USA verlassen. Das wissen wir seit Snowden. Wir sollten uns vielleicht auch nicht auf Huawei verlassen, obwohl da bisher nichts bewiesen ist. Ich trete ein für einen IT-Airbus, Tom Enders damals übrigens auch, nach Snowden, wo wir eine eigene Hardware und Software haben, dass unser Intellectual Property, unser geistiges Eigentum, auch hier gehalten wird und wir es nicht zugriffen dritten und zulässiger Weise ermöglichen. Das ist der entscheidende Punkt. Das wären die Themen. Und ich bin sicher, dass dann auch dieser grundlegende Optimismus, der uns hier in Deutschland, in Europa ein Stück weit, in der Bevölkerung verloren gegangen ist, dass der wiederkommt, weil man nichts ist schöner, als Erfolg zu haben, sich darüber zu freuen und auch die Früchte des Erfolgs dann genießen zu kann. Herr Helmeier, das ist doch das perfekte Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Lochner. Und ein Satz ist mir wirklich hängen geblieben. Ein guter Demokrat sollte immer ein guter Ökonom sein. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen und ist, glaube ich, auch was, was die Leute zu Hause mitnehmen können. Herr Helmeier, herzlichen Dank für Ihren Klartext und die inspirierenden Worte und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und gerne natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Eins habe ich noch, eine Bitte. Es gibt den Helmeier-Report. Helmeier-Report, der ist kostenlos. Wenn euch einfach googeln, Helmeier-Report, Sie können ja auch nach unten das Ding reinstellen, der erscheint täglich, falls ich nicht auf Reisen bin oder im Urlaub. Und da gibt es Klartext, da werden die aktuellen Themen immer auch mit diesen übergeordneten Themen, die wir hier angesprochen haben, vernetzt. Und ich freue mich über jeden Leser. Je mehr es lesen, desto mehr Substanz bekommen wir in eine pluralistische Diskussion über die Bedingungen, die wir haben. Verlinke ich euch natürlich unter diesem Video. Helmeier, herzlichen Dank und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020